moin moin meine lieben nachtäulen oder tagäulen wie es auch euch beliebt wir machen weiter mit dark souls für die switch und befinden uns in ola seal und haben letzte folge den wolfs quatsch mal weiter auf dem weg haben wir den pilz dann noch gesprochen der daraus fragen und ja so jemand steht voran wir kennen es ja nicht so super aus ich gleich sterben würden es gibt hier was man denken kann königlicher wald ok königlicher wald mit zwei wege entweder links oder rechts dann passiert irgendwo sind leute gestorben und ich habe sie hinbekommen auch nicht schlecht so jetzt mal hier oben rechts rum doch müssen neuland für uns nämlich an den wald von vormer bahn ist der walter naja da hinten ist da würde weil noch mal ich weiß ich weiß immer im finsterwurzbecken dahinten der wald kann wieder heißt nämlich so ein bisschen daran nur in hell auch in diesen blumen wahrscheinlich auch nur so keine ahnung wo wir hin sollen irgendwie sicher noch keine gegner so richtig entsteht irgendwas ok da ist eine stadt oder die richtung geht wir können auf jeden fall mal reingehen es sieht doch genauso aus wie das jetzt ist ein tiefer schacht oder irgendwie noch was rufen gibt es irgendwie so eine schalter oder so und er gibt es nicht das ist etwas was wir einsammeln können wächter stülpen passiert nichts ich würde hätte gedacht das wäre so ein schalter weil unten ist auch noch so ein ding seht ihr das aber anscheinend ist es nicht raus weiter hier rum noch irgendwas hier sind eingestürzte neubauten es kommt mir so ein bisschen verschwommen davor als vorher aber es kommt mir nur so vor so vielleicht sollten wir so ein gegner mal anlocken einfach mal zu sehen wie stark und kräftig die sind damit wir wissen mit was wir es zu tun haben wenn sie immer zu zweit dritt viel wir wissen sich laufen erst mal hier längst und ich würde ganz gerne wissen was ich tun habe vor ich so weit lauf und es war ein ran oh jetzt wird es eng komme ich auch nicht mehr weg okay die wirken beide nicht alle nicht okay jetzt mal hände beide wollte ich ja nicht anlocken das haut rein von oben runter springen wahrscheinlich okay der hat einen wumms drauf ist ja unangenehm da kommt doch hoch okay okay er ist runter gefallen wir nicht oder tot ist auch nicht ach da ist noch einer draußen okay habe ich nicht gesehen können wir nicht auf die gleiche art killen kann ich einfach hier reinkommen ach da wahrscheinlich nicht steht da vor ja komm rein hier ich mag dich er ist auch gerade runter gefallen würde ich sagen für uns sehr gut für ihn sehr schlecht sagen wir mal ein was der gefallen ist und roter moos klumpen gut war es noch sonnenfähig okay so gehen wir mal weiter auf der suche hier und das ist eine höhle sieht so aus rein springen sollte man vielleicht nicht tun sieht so aus wie man mit anlauf da rein springen könnte würde es gerne aus oder wenn man läuft und springt und rutscht mal runter aber ich glaube das macht man nicht so es wirkt so bekannt das ganze hier irgendwie aber finde ich dass noch und kann so auch Ist er hingefallen? Eieiei. Guck mal her, du dicker Klopper. Will ich ihn beschenken um tanzen? Anscheinend nicht. Oh, der haut mir aber auch gleich komplett die Ausdauer weg, ne? Ja, komm mal, macht er. Oh, das war natürlich dumm, da zu rollen in dem Moment. Komm her. Ja, okay. Das ist der Moment, wo man angreifen muss wahrscheinlich. Oh, hat Steiner noch nie das Tief, oder? Oh nein. Da hab ich jetzt zwei von der Seite. Guck was. Oh. Oh, das sind aber langsam viele hier. So, der ist auf jeden Fall weg. Oh, Mist. Was trinken? Oh. So. Was habt ihr davon? Ach, alter Schwede. Das ist mal gar nicht so easy peasy hier. Gut. Ich hab schon so viel gekämpft, da hab ich schon die ganze Orientierung verloren hier. So, da hinten liegt noch einer. Dann sammeln wir noch mal einen. Wächter Gamaschen. Wahrscheinlich kriegen wir das ganze Wächterarsenal hier. Puh. So, hier so eine Brücke. Da rüber gehen. Bestimmt noch mehr zu erforschen hier, aber wir gehen erstmal da rüber. Okay, da gehen wir vielleicht auch nicht rüber. So wichtig ist es mir gar nicht. Na gut. Kommt er nochmal wieder? Das war ein fieser Drache gerade. Lauf mal rüber. Okay, da ist ein Kolossus. Lassen wir doch mal Kolossus sein und hauen ab vor ihm. Ach, guck mal hier. Ja gut. Okay, ich glaub ich komm hier auch wieder weg. Was ist denn hier? Kommt der mir hinterher, dieser Brocken noch? Kommt tatsächlich hinterher. Okay, wir müssen wahrscheinlich erstmal den erledigen, bevor wir hier weiter gehen. Okay, der will's wissen. Alter, der ist aber auch... Ah, holt aber auch schon. Okay. Oh, jetzt hängen wir fest hier gerade. Jetzt einmal noch ein Schlag. Oh, muss ich schnell was trinken? Look at, look at, look at. Heilen wir uns nochmal schnell hier. Oh, das knuspert Knäuschen ganz schön rein hier, was? Geh weg, du Hans-Wurst. Wo wir genau hin sollen, weiß ich natürlich nicht. Aber kann man da irgendwie rüber? Da fällt mir da einfach nur ein Abgrund. Das sieht so aus, wenn man ein Grabgrund fällt, ne? Können wir wahrscheinlich da rüber springen. Lass mal probieren. Da oben liegt nämlich noch jemand. Oh, ich geh jetzt auch noch weg runter. Wenn ich wüsste, wie man da hochkommt. Man muss das natürlich anschauen. An der Seite hier. Guck mal. Nein! Oh nein! Wie dumm war das denn? Oh, wie dumm war das denn? Dann falle ich da runter. Das war wirklich ärgerlich. Hier sehr ärgerlich. Da hätte man natürlich drauf achten müssen. Aber nein. Nur das Glitzern vorne gesehen und dachte, geil. War natürlich arschviel Leute, die wir gekillt haben. Aber ich glaube, ich würde hier nochmal gucken, ob ich nicht 20 daraus machen kann. Denn ich merke gerade, ich brauche es einfach. Mal schnell. Umkehren. Und. Yes. Sehr gut. Ja, das war wirklich sehr ärgerlich, gebe ich zu. Dumm, dumm, dumm. Aber das ist ja das Spiel für Dumme. Also, nicht das Spiel für Dumme, sondern für Leute, die dumm sind. Das Spiel nichts. Na ja. Guck mal. So, wir müssen mal gucken. Wir sind gerade eben nach rechts gegangen. Sollten wir jetzt ja wieder machen, damit wir den Weg schon ein bisschen kennen. Ach, guck mal, da oben sind ja welche. Hm. Ach, Mann. Wollt ich doch gar nicht. So. Okay, also wir kommen mal von beiden Seiten dahin. Das ist nicht egal. Wir laufen trotzdem mal diesen Weg nochmal. Müssen uns natürlich mit ein paar Gegnern herumschlagen. Was sehr nervig ist. Dann haben wir auch sehr viele Seelen dahinten verloren. Das heißt, die müssen wir so oder so wiederholen. Noch kommt kein Gegner zu mir. Gehen wir mal hier hinten rum. Vielleicht erregen wir da nicht so eine Aufmerksamkeit. Glaubst du zwar nicht, aber das kann ja sein. Jetzt war der ziemlich dicht an der Kante. Was blöd ist von mir auf und zu. Gebe ich zu. Aber es kommt noch keiner zu uns von denen. Aber es bleibt auch so. Oh. Oh. Laubere schnell mal. Da hinten sind meine Seelen. Die kann ich schon sehen. Was hier sehr gut ist. Kolossus kommt anscheinend diesmal nicht. Da oben sind meine Seelen. Die sind auf der anderen Seite. Die holen wir dann mal. Ein bisschen Angst, dass ich wieder irgendwo hinunterfalle. Seelen, sondern. Also schon mal Seelen. Jetzt müssen wir gucken, wie wir jetzt hier oben wieder raufkommen. Muss ich wahrscheinlich springen. Muss ich tatsächlich rüber springen, ne? Gucken wir es nochmal. So. Wächterhelm. Haben wir ja fast die Wächterausrüstung. Aber ich würde da nicht nochmal zurück rüber springen. Das wäre dann doch zu heikel. Wo wir da irgendwo weiterkommen. Wo wir genau hin sollen, weiß ich noch nicht. Ich kann mir gut vorstellen, als wären diese Stadt da sollen, die man da sieht. Ei, ei, ei. Da unten sieht man auf jeden Fall noch, wo wir hin können. Dann komm mal her, du kleiner Dude. Das ist natürlich leicht zu erledigen, wenn sie einzeln ankommen. Und jetzt vormachen. Da oben ist auch so ein Wächterhaini. Da sind ja schon einige von denen hier. Da oben ist sogar zu zweit da oben rum. Gucken, ob wir einen abbekommen. Kann er vielleicht runterfallen? Ja, dann kann er schnell. Jetzt tut er nicht. Gut. Müssen wir uns um den mal kümmern. Kommt der andere auch schon? Okay. Da habe ich natürlich mit gerechnet, dass er es macht. Huch. Ich bin richtig in der Kante. Oh. Voll ein in die Luft. Und? Oh, nee. Oh, nein. So. Oh, Spacko. Müssen wir aufladen. Wo ist der andere hin? Wo ist der andere hin? Da waren noch zwei. Da waren es hängelaufen oder runtergefallen? Ich weiß es nicht. Kann ich auch. Bam. Da oben ist noch einer. Der ist wahrscheinlich zurückgelaufen. Ich habe es jetzt nicht mitbekommen, ob der runtergefallen ist. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich behaupte mal nicht. Dann muss ich dir mal lieber aus dem Weg räumen. Okay, der reißt da raus. Nee. Okay, jetzt bin ich mir schon an der Ecke hier gelandet, leider. Okay, jetzt habe ich mich voll erwischt. Der ist Spacko. Ist da noch was? Okay, der hat mich erwischt. Nein. Oh, das wollte ich gar nicht. Scheiße. Okay. Oh. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt genau nicht hier? Ach, da wieder. Okay. Schnell, schnell, schnell. Ich dachte, ich fall irgendwo runter gerade. Das war jetzt Glück im Unglück. Achso. Noch mal schnell was. Und doch nochmal. Aber, puh, das hat auch echt ins Auge gehen können gerade. So. Okay. So, die haben wir jetzt in der Licht. Jetzt können wir hier nochmal, äh. Wo ist das letzte Mal längst gegangen? Mist. Wollen wir da hinten längst gehen? Müssen hier auf jeden Fall nochmal rüber. Durchforsten. Da oben lag auf jeden Fall was. Da rennen wir mal hin. Gucken mal, wo wir hinkommen. Oh ja, ja. Schon ein bisschen anspruchsvoller ist. Das Ganze hier. Ich werde jetzt mal versuchen, nicht so viel zu farmen. Um nicht schnell so aufzurüsten. Aus einem einfachen Grund, weil ich mal sehen will, wie es denn ist mit ein bisschen härteren Gegnern und so. Das ist ein großer Pfeil. Da liegt da noch jemand. Ne, das ist nur so eine Blume, ne? Ne, da liegt jemand. Wollen wir nochmal einen. Der Rüstung. Okay, jetzt haben wir das ganze Wächter Set, würde ich behaupten. Aber hier kommen wir nicht weiter, ne? Ne, oder? Wie weiter? Glaube nicht. Ne, da geht's nur runter. Gut. Wir gehen in diese Richtung. Ich will mal gucken, wo wir gerade sind, damit ich so ein bisschen den Überblick behalte. Aber hier können wir runter. Genau, und jetzt gehen wir den anderen durch den ungefährlicheren Weg. Also, ob der ungefährlicher ist, weiß ich nicht, aber zumindest gehen wir jetzt nach rechts rum. Puh, aber wir kommen auf jeden Fall Richtung Stadt. Kolosseum, oder was das da ist? Mausoleum. Kolosseum. Weiß nicht, ob ich die kaputt mache, aber irgendwie. Okay, damit rufe ich mir ein paar Freunde an. Okay. So. Gut. Machen die denn da jetzt hier irgendwas an den Baum runter? Machen die Obst? Nein, ach so, die schneiden die Bäume hier. Wie cool ist das denn? So, wie so ein Stealth-Kirr, ne? Von hinten immer so, schön. Ja, die Goldmünze. Das sind wohl die Gärtner gewesen. Naja, auch so welche muss es geben überall, ne? Jeder hat seinen Job. So, warte mal. Die locken wir mal an. Kommt der andere natürlich auch, aber die Kleinen müssen wir euch schneller platt bekommen. Okay, jetzt haben wir natürlich zwei große. Das ist natürlich sehr blöd. Das ist natürlich wirklich sehr blöd. Die werden wir jetzt auch nicht los, so einfach, ne? Dann können wir ein bisschen weiter weglaufen und dann kommen die nicht hinterher. Tatsächlich gehe ich zurück. Was sehr gut ist. Können wir mal gucken, ob wir vielleicht einen anlocken können, weil mit beiden auf einmal wollte ich es nicht aufnehmen. Schauen wir mal. Tatsächlich ist der eine jetzt da. Das ist gut. Bleib mal hier bei mir. Okay. Okay. Das ist natürlich dumm jetzt gerade. Wollen wir schnell was trinken? Hier weiter gehen die, ne? Aber die müssen wir haben jetzt leider. Oh. Was mache ich denn? Ich habe doch gehabt meiner. Gut. Komm her. Ein Stich noch. Ja, du Arsch. So. Wumpel-Tiner-Lied. Super. So, das müssen wir uns den anderen noch holen. Alter, hängt er mir fest jetzt hier. So, das ist eine langweilige Taktik, die ich hier gerade mache, aber... Funktioniert so ein bisschen. So. Jetzt noch hinüber. Dann sagen wir noch unsere Moosklumpen ein. Jetzt sind wir doch eigentlich wieder da, wo wir vorher schon mal waren, oder? Nur waren wir da noch nicht drin. Das war aber anders. Okay. Gut, dann gehen wir da nochmal rein. Oh. Gut. Da vorne sehe ich ein Tor. Und dieses Tor werden wir auch benutzen. Aber erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.